Hallo, da bin ich mal wieder mit einem neuen Godzilla-Video und diesmal ist es, wie ja schon im letzten Video angekündigt, Mechagodzilla von 2003 aus Godzilla Tokyo SOS. Ich muss erst mal das Kärtchen. Und das tue ich jetzt wieder in die Mappe rein. Hier, die Motra, die ist auch aus Tokyo SOS, die werde ich wahrscheinlich als nächstes vorstellen. So, jetzt aber zur Figur. Ja, ist er. Ist natürlich wie immer wieder eine richtig schöne Figur mit sehr vielen Details. Richtig geil gemacht wieder. Ist einer der schönsten Designs von Mechagodzilla, finde ich. Richtig schön gemacht wieder. Der rote Streifen beim Augen. Auch die Füße sind schön detailliert. So, bewegen kann man den Kopf, die Arme, hier in der Mitte, hier in der Mitte. Ähm, dann noch hier die Beine. So, und hier noch ein Schwanz. Ja, richtig schön gemacht. Die kleinen Details, wie die Klappen hier. Richtig schön gemacht wieder. So. Das war's mal wieder. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020